Sollten wir online sein? Yeah! Online. Auf dem Schirm. Sind wir jetzt online? Sind wir jetzt live? Nee, Quatsch. Meinte ich ja nicht online auf dem Schirm. Okay. Stell dir mal vor, du hast die Kamera jetzt auf der... ...Auto vergessen. Das wäre ja... Sorry, da geschaut. Ich habe vorhin einfach nochmal nachgeguckt. Ey. Oh, verdammt. Oh, Mann. Ja, wo fährst du denn hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss... Ach, die Ausfahrt ist da hinten. Man muss wieder zurückfahren. Und dann kommt man die Ausfahrt hin. Also Leute, wenn ihr sehen wollt, wo wir hinfahren und ihr seht uns gerade bloß, müsst ihr einfach, wenn ihr mit dem Handy guckt, das Handy bewegen. Einfach wirklich, dreht euch mal im Kreis mit dem Handy. Dann könnt ihr nämlich sehen, wo wir langfahren. Oder, wenn ihr am PC sitzt oder am Laptop oder so, dann könnt ihr auch mit dem Mauszeiger irgendwie das Bild halten und das Bild bewegen, sozusagen. Das ist ein 360 Grad Video, für die, die es noch nicht kennen. Okay. Ich glaube, der Lkw liegt. Oh, die Leitplanke, alles weg. Da haben wir echt Glück gehabt, dass... Ist jemand gestorben? Das Fahrerhaus sah noch gut aus. Also frag dich, ob es nur der Lkw halt war, ne? Hello, hello, hello. Also wir sind jetzt von der Autobahn runtergefahren. Wir sind jetzt in Nürnberg. Genau. Jetzt müssen wir eigentlich gleich da sein. 9 Uhr 42. Da ist die Messe. Presse. 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 Da müssen wir hin, da müssen wir hin. Hallo. Zählen Blocker auch zur Presse? Ja, aber hier ist Presse und VIP, aber voll. Gehen Sie links, nochmal links. Nochmal? Vorbei, Parkfahrt vorbei, Tor 4. Äh, warte mal. Links. Links? Da die Straße. Ach, hier lang? Also hier lang? Ja, ja. Parkfahrt vorbei, Tor 4. Gehen Sie. Tor 4? Tor 4, ja. Okay, alles klar, danke. Tor 4, genau. Da sind nämlich vorhin schon andere reingefahren, wie wir gerade um die Kurve gefahren sind, wo du... Ah, das ist Tor 4. Ich verstehe gestern Tor 4 und ich so, Tor 4? Ja. Das ist S-S-T-O-R-S-O-R, weißt du? Okay, alles klar. Das ist das Konzentwort. Und da steht nochmal Tor 4. Und du hast dich schon gewundert, ob ich den verstanden habe. Ja, ich meine, hä? Woher war es der Tor 4? Was ist da? Das ist eigentlich so ein Feenfilm, Tor 4. Hallo. Servus. Hallo. Ja, gleich hier links drauf. Dankeschön. Danke. Oh, wir sind doch VIP. Boah, guck mal, sogar VIP 1. Das war jetzt zu weit. So, meine Freunde, da ich hier offiziell nicht filmen darf, vielleicht findet ihr mich ja. Ich hätte gerne da unten auf der Wiese gefilmt, aber ich glaube, da sind so viele Leute und ich drehe ja hier inoffiziell. Das heißt, ich lasse euch jetzt hier mal ein bisschen alleine und ihr könnt mich ja suchen, aber ihr könnt auch rumscrollen oder ihr bewegt einfach das Handy rundum. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Das wird bestimmt richtig geil. Nur mal so gesagt, die Messe ist richtig, richtig geil. Die bockt sich ohne Ende. Also das ist echt klasse. Ich habe auch schon schön Produkte abgestaubt. Das kommt auch nochmal dazu. Ich habe jetzt fast alle Hallen durch. Jetzt kommt die letzte deutsche Halle. Also ich habe die ganzen ausländischen Halle durch. Ich muss jetzt nur noch in die eine Halle, Halle 9, falls ihr die hier sehen könnt. Die ist links von mir. Da muss ich nochmal rein, weil ich dann nochmal einen Termin habe. Aber die Halle 9 habe ich eigentlich schon fertig. Und dann geht es nochmal in Halle 7. Und das ist die größte Halle von allen. Und die habe ich noch nicht. Und es ist jetzt, Moment, 15 Uhr 47. Also ein paar Stunden habe ich nur Zeit. Aber jetzt überlege ich, ich habe ein paar Hallen so lange gebraucht. Ich hoffe, ich schaffe die letzte Halle noch. Vor allem, weil da die meisten Firmen sind, mit denen ich ein Treffen ausgemacht habe. Ich habe jetzt einen Treffen. Ich habe jetzt einen Treffen.